Israel bietet Hamas-Anführer Sinwar erstmal sicheren Geleitschutz an, im Austausch für die Freilassung der Geiseln. Doch der Deal hat einen hohen Preis. Viele Terroristen müssten freigelassen werden. Gaza müsste demilitarisiert werden. Steht Israel vor der letzten Chance, den Krieg zu beenden und endlich Frieden im Nahen Osten zu schaffen? Israel steht an einem Wendepunkt im Konflikt mit der Hamas. Zum ersten Mal spricht Israel nicht nur von der Tötung von Yekir Sinwar, dem Hamas-Anführer, sondern bietet ihm und seiner Familie sicheren Geleitschutz aus Gaza an, im Austausch für die Freilassung der Geiseln und den Verzicht der Hamas auf die Kontrolle des Gazastreifens. Diese dramatische Wende zeigt, wie wichtig die Geiseln für Israel sind. Gal Hirsch, der israelische Geiselbeauftragte, betonte in einem Interview, dass dies die letzte Chance sein könnte, den Krieg zu beenden. Doch dieses Angebot hat seinen Preis. Viele Terroristen, wahrscheinlich Tausende, die derzeit in israelischen Gefängnissen sind, müssten im Gegenzug freigelassen werden. Und das ist ein großes Risiko. Israel will jedoch sicherstellen, dass Gaza vollständig demilitarisiert wird und unter internationaler oder regionaler Kontrolle steht, um zu verhindern, dass die Hamas sich wieder aufbaut. Dieser Deal könnte nicht nur das Leben der Geisen retten, sondern auch der Anfang eines größeren Friedensprozesses im Nahen Osten sein. Wenn diese Chance genutzt wird, könnte es der Schlüssel zur stabileren Beziehung in der Region sein, möglicherweise auch mit Ländern wie Saudi-Arabien. Lasst uns hoffen, dass diese Verhandlungen den Krieg endlich beenden und langfristigen Frieden bringen für Israel, Gaza und den gesamten Nahen Osten.